Hallo, hallo! Ja, ihr fragt euch jetzt, warum gibt's kein Tauchvideo? Und zwar hab ich gedacht, ich erklär jetzt mal euch, warum ihr in letzter Zeit nur noch Tauchvideos von mir seht. Und zwar ist mir in Sydney die Kamera kaputt gegangen. Das heißt, der Zoom ist nicht mehr eingefahren. Es war Systemfehler angezeigt, es geht nichts mehr. Das heißt, ich muss die Kamera nach Deutschland schicken, damit sie repariert wird, weil es war halt Gott sei Dank noch Garantie drauf. Und hab die dann erst anderthalb Monate später in die USA geschickt bekommen. Beziehungsweise hab sie dort in Empfang genommen. Sie wurde früher schon fertig repariert und dort hingeschickt. Aber ich wollte sie nicht auf die Philippinen schicken lassen, weil mir das so unsicher war. Und hab sie dann nach Rebecca schicken lassen und konnte sie da dann erst in Empfang nehmen. Das heißt, ihr werdet jetzt erst noch ein paar Tauchvideos von mir sehen, weil ich fast vier Wochen lang täglich tauchen war. Zwischenzeitlich werdet ihr dann von den Philippinen nochmal Wasserfallvideos sehen und danach halt natürlich auch andere Videos, weil dann hab ich meine Kamera wieder. Also übt euch ein wenig in Geduld. Es kommen auch noch andere Videos. Und dann danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns auf jeden Fall die Tage. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.